Nachdem wir uns in den ersten drei Teilen der Pivot-Serie, die ihr auch verlinkt in der Beschreibung findet, mit den Werten in unseren Pivot-Tables nur sehr spärlich beschäftigt haben, soll das in diesem Video das Hauptthema werden. Natürlich haben wir verschiedene Summen von Umsätzen gesehen, aber der Fokus lag doch eher auf den umgebenden Kriterien. Selbstverständlich bieten uns Pivot-Tables auch für die numerischen Werte an sich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wir können neben Summen zum Beispiel auch Mittelwerte oder Min- und Max-Werte anzeigen. Wir können die Zahlen auf unterschiedlichste Arten formatieren. All das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen und damit nochmals bessere Einblicke und genauere Erkenntnisse aus unseren Datenlaufen. Los geht's! Wenn wir uns mit Werten in Pivot-Tables beschäftigen, dann ist oft die Standardeinstellung und auch das, was für ganz viele Anwendungsfälle Sinn macht, das, was wir bis jetzt schon in unserer Tabelle hier sehen. Wir haben zwei Werte, die wir in unserer Tabelle mit aufgenommen haben, einmal die Kosten und einmal den Umsatz. Für beide wurde hier automatisch für uns eine Summe gebildet. Das bedeutet, den gesamten Kurs bis jetzt haben wir hier immer auf Summen geschaut. Aktuell haben wir das Ganze zum Beispiel nach unseren Produkten sortiert hier und ich sehe, dass für den Akkuschrauber das die komplette Summe meiner Kosten war und das die komplette Summe der Umsätze, die mit diesem Produkt erzielt worden sind. Natürlich können wir mit Pivot-Tables aber auch andere Werte hier anzeigen, beziehungsweise keine anderen Werte, sondern den Wert, der hier angezeigt wird, anders kalkulieren. Wie gesagt, in vielen Fällen ist diese Standardeinstellung Summe sinnvoll. Ich kann allerdings einfach auf diesem Feld einen Rechtsklick machen und dann finde ich Werte zusammenfassen nach im Kontextmenü. Und wir sehen, dass wir hier weitere Optionen haben. Das Häkchen ist aktuell bei Summe. Wir können aber auch Anzahl, Mittelwert, Max, Min, Produkt und weitere Optionen auswählen. Und hier kann man einfach noch ganz andere Erkenntnisse aus den Daten gewinnen. Wir schauen uns das einfach einmal kurz an. Die Anzahl macht in diesem Fall vielleicht gar keinen so großen Sinn. Wenn ich das mache, dann sehen wir, dass wir hier relativ kleine Zahlen haben. Das Euro-Zeichen können wir an dieser Stelle einmal ignorieren. Ich sehe aber hier ganz einfach, dass Aufträge für den Akkuschrauber insgesamt 255 Stück in unserer Liste stehen. Und so kann ich einfach sehen, welches Produkt wird denn vielleicht am häufigsten oder am seltensten verkauft. Sinnvoller für unsere Umsatzspalte sind wahrscheinlich die anderen Optionen, die wir noch haben. Ich kann zum Beispiel die Werte zusammenfassen nach Mittelwert. Und so würden wir jetzt sehen, was denn der durchschnittliche Umsatz ist, den wir mit einem Auftrag für das entsprechende Produkt machen. Wir sehen also, der durchschnittliche Umsatz für einen Auftrag für Akkuschrauber liegt bei etwa 9.500 Euro. Der durchschnittliche Umsatz für den Fließenschneider liegt bei 23.200 Euro. Und so kann man einfach nochmal ganz andere Erkenntnisse gewinnen. Ich könnte das zum Beispiel auch mit den Kosten in Relation setzen. Auch hier mal einen Rechtsklick machen, zusammenfassen nach und Mittelwert auswählen. Und dann können wir auch sehen, was denn unsere durchschnittliche Marge für die einzelnen Produkte ist. Man bekommt hier also wirklich ganz andere Einblicke in die Daten nochmal. Und das nur durch das Umstellen der Aggregatsmethode. Also, wie werden unsere Werte hier verrechnet und dargestellt. Man muss das Ganze dabei immer nur auf einer Zelle machen. Also, ich habe ja nie die komplette Spalte ausgewählt. Aber sobald ich auf einer Zelle den Rechtsklick mache und das Ganze umstelle, wird das für die komplette Spalte übernommen. Ich finde dieses Menü oder diese Möglichkeit, also entweder wenn ich einen Rechtsklick auf der Zelle mache. Ich kann allerdings auch ganz rechts bei meinen Pivot Table Feldern hier bei den Werten auf den kleinen Pfeil außen klicken. Ich sehe also zum Beispiel Mittelwert von Kosten. Und wenn ich jetzt hier auf den Pfeil klicke und dann Wertfeldeinstellungen auswähle, dann bekomme ich ein weiteres Fenster, wo ich das auch umstellen kann. Könnten wir zum Beispiel für unsere Kosten mal den maximalen Wert angeben, mit OK bestätigen. Und dann sehen wir, was die höchsten Kosten für die jeweiligen Produkte sind, für einen einzelnen Auftrag wohlgemerkt. Hier muss man sich dann einfach immer ein bisschen im Klaren darüber sein, was diese Werte an sich bedeuten. Wenn ich nochmal einen Rechtsklick mache und zusammenfassend nach auswähle, dann sehen wir hier noch das Minimum, was einfach analog zum Maximum natürlich den niedrigsten Wert angibt. Wir haben ein Produkt. Das ist in diesem Fall vielleicht nicht wirklich zielführend, aber es gibt durchaus Anwendungen, wo wir auch das verwenden können. Und schließlich haben wir noch weitere Optionen, was uns dasselbe Fenster öffnet wie gerade. Und ich sehe, dass wir hier zunächst einmal die bereits besprochenen Dinge haben. Wenn ich etwas nach unten scrolle, sehen wir, dass wir allerdings auch noch weitere Dinge haben. Zum Beispiel die Anzahl von Zahlen, Standardabweichungen oder Varianz, wenn das relevant sein sollte. In den meisten Fällen kommt man allerdings mit Summe, Anzahl, Mittelwert, Max und Min relativ gut hin. Um möglichst viele Einblicke in die Daten zu bekommen und ganz unterschiedliche Kennzahlen zu Tage zu fördern. Mit denen man dann die Ausgangsdaten sehr gut analysieren kann und entsprechende Schlüsse ziehen. Ich stelle meine beiden Spalten einmal wieder auf Summe zurück, also zunächst mal unseren Umsatz. Und dann fasse ich auch die Kosten als Summe zusammen, sodass wir wieder bei unserem Ausgangspunkt sind. Um mehr über das angepasste Anzeigen von Werten zu erfahren, passe ich meine Pivot Table nochmal kurz an. Wir wollen uns in diesem Fall nur den Umsatz anschauen. Ich kann also die Summe meiner Kosten einfach aus der Tabelle ziehen, sodass wir jetzt ein ganz einfaches Layout haben mit unseren Produkten vorne und der jeweiligen Summe des Umsatzes für jedes Produkt. Ganz ähnlich wie beim Zusammenfassen der Werte finde ich auch diese Option, wenn ich einfach einen Rechtsklick auf einer Zeile mit einem Wert mache. Wir sehen hier Werte zusammenfassen nach, darüber haben wir bereits gesprochen und darunter Werte anzeigen als. Und hier habe ich jetzt viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich das Ganze machen kann. Wir wollen in diesem Fall jetzt einfach mal mit Prozent des Spalten-Gesamtergebnisses bzw. Prozent des Zeilen-Gesamtergebnisses anfangen. Wir sehen, dass wir jetzt aktuell hier einfach nur unsere Umsätze haben in einer Spalte. Vielleicht, dass wir das Ganze noch besser sehen, möchte ich meine Pivot-Tabelle noch kurz anpassen. Ich gehe dazu im Menüband zu Entwurf, zu Gesamtergebnisse und möchte das Ganze für Zeilen und Spalten aktivieren, sodass ich hier unten noch ein Gesamtergebnis habe, was eben alle darüber liegenden Umsätze noch einmal summiert. Wenn ich jetzt hergehe und einen Rechtsklick mache und Werte anzeigen als Prozent des Spalten-Gesamtergebnisses auswähle, dann sehe ich, dass unser Gesamtergebnis unten sich jetzt zu 100 Prozent verändert hat. Alle Werte, die darüber liegen, sind die Werte, die eben zu 100 Prozent addiert werden. Ich sehe zum Beispiel ganz deutlich, dass der Fliesenschneider mit 22,22 Prozent den höchsten Anteil am Gesamtumsatz ausmacht. Wenn ich alle meine Werte hier ausgewählt habe, kann ich auch noch mal unten in der Statusleiste sehen, dass ich hier genau das habe, 100 Prozent als Summe. Das Maximum ist wie gesagt der Fliesenschneider und das Minimum mit 0,27 Prozent. Was wir hier finden, sind unsere Schrauben, die natürlich den geringsten Wert haben und daher macht das auch Sinn. Hier, wie gesagt, sollte man natürlich auch die eigenen Daten im Kopf haben und was sie bedeuten. Denn, dass man mit einem Fliesenschneider, was ja eine relativ große Maschine ist, natürlich anteilsmäßig mehr Umsatz macht als mit Schrauben, die wahrscheinlich zu einem sehr geringen Preis verkauft werden, ist natürlich in gewissen Situationen logisch. Ebenfalls wichtig ist es, dass man im Auge behält, ob aktuell irgendwelche Filter angewandt sind. Denn wenn ich jetzt hier mal nach oben gehe und sage, ich möchte zum Beispiel den Standort noch filtern und mir nur Werte aus Stuttgart anzeigen, bestätige das Ganze mit OK, dann kann man natürlich nicht sagen, aufgrund dieser Daten, dass der Fliesenschneider auf jeden Fall ein Drittel ungefähr des Umsatzes ausmacht. Er macht zwar in dieser Ansicht ein Drittel des Umsatzes aus, allerdings, weil wir eben diesen Filter nur für Stuttgart angelegt haben. Und wenn wir diesen Filter entfernen, also wieder alle auswählen, dann sehen wir, dass das Gesamtbild zwar immer noch zeigt, der Fliesenschneider ist der größte Umsatztreiber, aber natürlich nicht in dem Maße, wie es vielleicht an einem isolierten Standort wäre. Also hier einfach immer im Auge behalten, was aktuell für Filter aktiv sind und wie man die Daten dann entsprechend deutet. Es ist auch wichtig zu wissen, dass sich dieser Anzeigemodus nicht automatisch anpasst. Wir haben jetzt nämlich, wenn wir uns nochmal erinnern, Anzeigen als Prozent des Spalten-Gesamtergebnisses ausgewählt. Und wenn ich jetzt einfach hergehe und zum Beispiel mein Produkt aus Zeilen in Spalten bewege, mache ich das einfach so, sodass wir jetzt also nur noch die Summe des Umsatzes haben und in jeder Spalte eben ein einzelnes Produkt, dann haben wir in dieser Spalte nur das einzelne Produkt und haben also jedes Mal 100% vom Umsatz, da wir ja die Spalten anschauen. Und wenn ich jetzt ganz ans Ende meiner Pivot-Table gehe, natürlich würde man das so sowieso nicht machen, sehe ich, dass hier einfach überall 100% steht. Wenn ich das wieder anpassen will, dann muss ich einen Rechtsklick machen auf einen Wert, Werte anzeigen als, und dann kann ich Prozent des Zeilen-Gesamtergebnisses auswählen. Und dann sehen wir, dass wir im Prinzip dieselbe Optik oder denselben Look haben wie vorhin. Wir haben hinten in unserer Zeile das Gesamtergebnis mit 100% und in den Einträgen davor, beziehungsweise in den Spalten davor, dann jeweils den Prozentwert, den dieses Produkt am Gesamtergebnis ausmacht. Noch deutlicher wird das vielleicht, wenn man zum Beispiel den Standort noch mit in unsere Tabelle aufnimmt. Aktuell haben wir das Ganze ja als Filter. Ich kann aber jetzt zum Beispiel den Standort in meine Zeilen ziehen. Und dann bekomme ich so diese zweidimensionale Matrix mit den Werten. Und wir sehen, dass jetzt aber aktuell weiter eben das Ganze für unsere Zeilen berechnet wird. Denn wenn ich nach unten schaue, dann sehe ich beim Gesamtergebnis für unsere Spalten eben nicht das, was ich erwarten würde. Ich kann das wieder umstellen, indem ich einen Rechtsklick mache, Werte anzeigen als Prozent des Spalten-Gesamtergebnisses, und dann haben wir wieder für unsere Spalten jeweils 100%. In diesem Fall haben wir dann allerdings für die Zeilen wieder keine 100% am Ende. Wie gesagt, jetzt schauen wir uns ja wieder die Spalten an. Das muss man einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man richtig und souverän mit dieser Anzeige arbeiten möchte. Ich möchte jetzt wieder eine bisschen übersichtliche Ansicht haben. Dementsprechend bewege ich meinen Standort wieder zurück zum Filter, ziehe Produkt wieder in meine Spalten und habe jetzt das, womit wir in diesem Video eigentlich angefangen haben. Denn ich habe die Summe meines Umsatzes dargestellt, anteilig des Gesamtergebnisses meiner Spalte. Interessant wird es auch gerade dann, wenn man zum Beispiel die eigentliche Zahl des Umsatzes mit drin lässt. Ich kann ja einfach hier zu meinem Wertefeld, meiner Pivot Table, noch einmal Umsatz reinziehen, bewege das einfach hier hin und dann kann ich hier meine erste Spalte zum Beispiel wieder formatieren, indem ich sage, ich möchte das Ganze mit einem Rechtsklick Zahlenformat als Währung dargestellt haben, ohne Dezimalstellen, bestätige das Ganze mit OK und dann habe ich jetzt hier wieder eine Spalte, in der meine Werte wirklich ausgeschrieben stehen, also die Summe meiner Umsätze und dann habe ich daneben eine Spalte, wo das Ganze eben prozentual für mich dargestellt wird. Ich sehe hier 2,4 Millionen ist relativ hoch, ist 12,5 Prozent meines Gesamtumsatzes mit diesen Produkten. Ich habe mein Arbeitsblatt mal ein bisschen aufgeräumt, beziehungsweise meine Pivot Table und habe jetzt hier aktuell meine erste Spalte mit der Summe des Umsatzes einfach als reine Zahl und dann nochmal die Summe des Umsatzes anteilig am Gesamtumsatz. Wie gesagt, das haben wir ja bereits uns angeschaut und wir haben hier 100 Prozent am Ende. Jetzt haben wir allerdings, wenn wir einen Rechtsklick machen und uns erinnern, Werte anzeigen als auch noch diese Möglichkeiten, also Prozent des übergeordneten Zeilen, Spalten oder Ergebnisses. Und das ist natürlich nur dann entscheidend, wenn wir hier auch mehr Levels in unserer Pivot Table haben. Ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ich möchte für jedes Produkt das Ganze nicht nur Gesamt haben, sondern ich möchte das auch nach Jahren aufgetrennt. Dementsprechend kann ich einfach mal in meinen Pivot Table feldern, hier ist das noch verfügbar bei mir, weil ich die Daten bereits einmal reingezogen hatte, Jahre auswählen und unter mein Produkt ziehen. Sobald ich das mache, sehe ich jetzt, dass ich für jedes Jahr noch einmal einen Extrawert bekomme. Ich habe also für den Akkuschrauber insgesamt ungefähr 2,4 Millionen Umsatz und dann bekomme ich das nochmal aufgeschlüsselt nach allen Jahren dementsprechend. Ich habe dann auch hier hinten in meiner zweiten Spalte das Ganze entsprechend angezeigt und wir sehen, dass wir für den Akkuschrauber insgesamt als Anteil am Umsatz immer noch 12,54 Prozent haben. Und ich habe jetzt darunter weitere Prozentzahlen. Wenn ich die allerdings alle einmal auswähle, dann sehen wir, dass die Summe davon genau diese 12,54 Prozent ist und eben nicht 100. Also auch jedes Feld hier, zum Beispiel bei 2016 beim Akkuschrauber, sagt mir, okay, die Aufträge für Akkuschrauber im Jahr 2016 haben 1,4 Prozent des Gesamtumsatzes aller unserer Aufträge ausgemacht. Das bedeutet, wir haben hier also nicht den Prozentanteil, wie viel der Umsatz im Jahr 2016 am Akkuschrauberumsatz insgesamt ausgemacht hat. Auch das können wir allerdings machen und dazu werde ich einfach noch einmal eine Umsatzspalte erstellen, indem ich das einfach wieder hier unten reinziehe, ganz ans Ende und ich bekomme dann nochmal eine Spalte mit der Summe des Umsatzes. Wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick mache und Werte anzeigen als auswähle, sehe ich, dass ich diese Möglichkeiten habe. Übergeordnetes Zeilenergebnis, Spaltenergebnis oder meine Lieblingsoption eigentlich, Prozent des übergeordneten Ergebnisses. Denn wenn ich das hier anklicke, dann kann ich jetzt genau auswählen, was ich möchte. Also was soll mein übergeordnetes Ergebnis sein, wo ich die Prozent eben darauf beziehen möchte. Excel erkennt hier eigentlich richtigerweise, dass ich wahrscheinlich das Produkt meine. Wir schauen uns noch ganz kurz an, was allerdings passieren würde, wenn ich Jahre angebe, denn auch das kann ich machen. Wenn ich das allerdings mit okay bestätige, dann sehe ich, dass hier in jeder Zelle natürlich 100 Prozent steht. Denn der Umsatz vom Akkuschrauber im Jahr 2016 ist natürlich 100 Prozent des Umsatzes des Akkuschraubers im Jahr 2016. Wenn ich das jetzt ändere, also Werte anzeigen als, ich wähle wieder Prozent des übergeordneten Ergebnisses und wir stellen das Ganze auf Produkt, dann bekomme ich genau das, was ich haben möchte. Und wir können es auch dann direkt schön mit der Spalte links daneben vergleichen. Ich bestätige das Ganze mit okay und wir sehen, dass wir jetzt die Werte bekommen. Wenn ich die alle auswähle für meinen Akkuschrauber, für die Jahre zum Beispiel, dann bekommen wir 100 Prozent. Ich sehe also, wir haben hier für das Jahr 2016 beim Akkuschrauber 11,14 Prozent des Gesamtumsatzes, den wir mit dem Akkuschrauber in allen unseren Geschäftsjahren gemacht haben. Daneben haben wir eine andere Zahl, denn hier sehen wir, dass wir 2016 mit Akkuschrauberaufträgen 1,4 Prozent des Umsatzes aller Produkte über alle Jahre hinweg gemacht haben. Hier muss man sich einfach, wie gesagt, genau im Klaren darüber sein, was diese Zahlen bedeuten und wie wir sie dementsprechend einsetzen können, wie wir unsere Daten damit analysieren und wie wir dann Schlüsse daraus ziehen können und diese präsentieren, vorstellen oder in unserer eigenen Arbeit weiterverwenden. Ich benenne auch hier jetzt mal meine Spalte noch um. In meinem Fall nenne ich das Ganze einfach Anteil an Produkt. Und so, denke ich, wird relativ klar, was der Unterschied gerade zwischen dieser Spalte und dieser Spalte ist. Alle unterschiedlichen Anzeigen, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, haben sich eigentlich wirklich mit den absoluten Daten beschäftigt, also keine Entwicklungen aufgezeigt sozusagen. Wir können unsere Werte allerdings auch so anzeigen lassen, dass wir eine Entwicklung zum Beispiel von Jahr zu Jahr deutlich aufzeigen können. Und dafür ist unsere Ansicht hier mit den Jahren für die unterschiedlichen Produkte eigentlich perfekt. Ich möchte, bevor wir beginnen, das Ganze nur noch ein bisschen einschränken, dass wir einfach etwas mehr Daten im Überblick haben. Und ich möchte zum Beispiel sagen, ich möchte nicht alle Datumswerte haben, sondern ab 2020 einmal alles, also eher die neueren Aufträge. Bestätige das Ganze mit OK und so haben wir unsere Liste einfach ein bisschen gefiltert und haben ein bisschen mehr verschiedene Produkte auch direkt auf einen Blick. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, wir sehen, dass dieser Filter auch hier wieder unsere Anzeige beeinflusst, denn obwohl es ja weitere Jahre gibt, in denen Akkuschrauber verkauft worden sind, sind diese aktuell jetzt kein Teil unserer Pivot Table, da wir sie rausgefiltert haben. Das bedeutet, jetzt wird hier für diese vier Jahre das Ganze auf 100% addiert. Die anderen Jahre fallen in dieser Rechnung eben einfach raus. Ich möchte jetzt für das Aufzeigen von Entwicklungen zunächst einmal eine weitere Umsatzspalte hier hinzufügen. Dazu kann ich einfach wieder Umsatz reinziehen. Ich mache das einfach mal direkt nach meine erste Spalte, nämlich in die zweite hier. Auch diese Spalte möchte ich jetzt einfach mal als Währung formatieren. Ich gehe also zum Zahlenformat Währung ohne Dezimalstellen als Euro und speichere mir das so. Jetzt habe ich ja im Prinzip nur meine erste Spalte geklont. Ich möchte jetzt hier allerdings einfach darstellen, wie sich die Umsätze mit den Akkuschraubern von Jahr zu Jahr zwischen 2020 und 2023 verändert haben. Das kann ich ganz einfach tun, indem ich einen Rechtsklick mache. Dann gehen wir zu Werte anzeigen als und hier kann ich Differenz von auswählen. Wenn ich das mache, bekomme ich wieder ein Fenster, wo ich verschiedene Dinge auswählen kann. Zunächst einmal habe ich hier das Basisfeld. Und hier macht es natürlich Sinn, Jahre zu wählen, denn ich möchte die Entwicklung von Jahr zu Jahr haben und nicht von Produkt zu Produkt. Das würde ja nicht wirklich einen Sinn machen. Und dann habe ich hier noch eine interessante Einstellung, denn ich kann ein Basiselement auswählen. Hier sehen wir, dass ich eigentlich das habe, was ich an Jahren in meiner Tabelle habe. Und hier könnte ich ja zum Beispiel einmal genau das auswählen, nämlich 2020 als Basiselement. Wenn ich das mit OK bestätige, dann sehe ich jetzt in dieser Spalte die jeweilige Entwicklung des aktuellen Jahres zum Jahr 2020. Ich sehe also 2021 haben wir im Vergleich zu 2020 minus 13.000 umgesetzt mit dem Akkuschrauber. 2023 haben wir im Vergleich zu 2020 minus 78.600 in etwa umgesetzt mit dem Akkuschrauber. Das ist schon schön und gut, wenn man einfach bestimmte Geschäftsjahre mit einem vielleicht besonders guten Jahr vergleichen möchte. Der üblichere Fall ist es allerdings, dass man dann doch sagt, okay, ich möchte einfach immer mit dem vorhergehenden Jahr vergleichen. Und auch das ist möglich. Ich mache also nochmal einen Rechtsklick, Werte anzeigen als, Differenz von und dann kann ich hier in diesem Dropdown auch vorheriger auswählen. Und wenn ich das mache, dann wird einfach immer das vorhergehende Jahr genommen und dann wird die Differenz gebildet. Ich bestätige das Ganze mit OK und jetzt sehen wir, dass wir genau das haben. An diesem Eintrag hat sich nichts geändert, denn hier haben wir ja schon dasselbe verglichen. Wir haben hier dann von 314.000 auf 302.000 in etwa einen weniger Umsatz von 12.000 Euro. Und dann haben wir nochmal von 302.000 auf 249.000 einen relativ deutlichen Einbruch um ungefähr minus 53.000 Euro. Und so können wir einfach immer unsere Umsätze zum Beispiel mit den vorhergehenden Jahren vergleichen. Wir können das Ganze allerdings nicht nur als absolute Zahl in Geld darstellen, sondern wir können diese Entwicklung oder diese Veränderung auch in Prozent anzeigen. Und dazu ziehe ich einfach nochmal einen Umsatz hier mit rein, sodass wir noch eine weitere Spalte haben. Und hier kann ich jetzt wieder einen Rechtsklick machen, Werte anzeigen als, Prozent Differenz von. Und hier kann ich jetzt im Prinzip genau dasselbe machen. Ich wähle Jahre als Basisfeld aus, als Basiselement, nehme ich wieder vorherige, bestätige das Ganze mit OK. Und jetzt sehen wir in dieser Spalte einfach prozentuell, wie sich die Entwicklung dargestellt hat im Vergleich zum vorhergehenden Jahr. Wir sehen also hier ganz deutlich, im Jahr 2021 haben wir in etwa minus 3,99 Prozent weniger Akkuschraubeumsätze erzielt. Und so kann man das Ganze dann für unsere kompletten Daten sich anschauen und eigentlich wirklich schön die Entwicklung aufzeigen und leicht identifizieren, wo es hier gute Jahre, schlechte Jahre gibt oder wo es eventuell Probleme gibt, die man angehen muss. Jetzt habe ich gerade die bereits formatierte Spalte umgewandelt. Das macht allerdings nichts. Ich kann einfach mit einem Rechtsklick hier das Ganze nochmal als Währung vorne formatieren, dass wir eben unsere Referenzspalte weiterhin haben. Und dann kann ich meine beiden anderen Spalten nochmal umbenennen, dass wir hier auch genau sehen, was wir hier tun. Ich habe jetzt also hier vorne wieder meine ganz normale Umsatzspalte. Dann habe ich die Entwicklung zum Vorjahr in Prozent und die Entwicklung zum Vorjahr absolut. Mit der Differenz haben wir schon eine Anzeigeoption kennengelernt, die sich extrem gut für eine Entwicklung über verschiedene Jahre anbietet. Wir haben allerdings noch eine zweite und das ist die laufende Summe, die wir angeben können. Hierfür habe ich schon nochmal zwei Instanzen unseres Umsatzes in meine Pivot Table gezogen und wir wollen damit beginnen, dass wir das Ganze absolut darstellen. Dazu kann ich wieder einfach einen Wert auswählen mit dem Rechtsklick. Wir gehen zu Werte anzeigen als und beginnen mit laufende Summe von. Wenn ich das mache, kann ich hier wieder als Basisfeld auswählen, was ich sozusagen nehmen möchte, also was ich aufaddieren will. In meinem Fall würden das die Jahre sein, denn ich möchte einfach die laufende Summe über meine vier hier dargestellten Jahre bilden. Wenn ich das mit OK bestätige, dann sehen wir genau, was passiert. Ich starte im Jahr 2020 einfach mit der Summe, was eben an Umsatz in diesem Jahr gekommen ist. Dann habe ich im nächsten Feld den Umsatz von 2020 plus den von 2021. Im dritten Feld hier habe ich mit 945.000 die Summe der ersten drei Jahre zusammengenommen und ganz zum Schluss habe ich die 1,19 Millionen, was dann wieder genau die Gesamtsumme des Umsatzes ist, die wir auch hier oben schon sehen. Hiermit können wir eben einfach die Entwicklung des Umsatzes über die verschiedenen Jahre von einem Produkt darstellen. Das Ganze, wie gesagt, entweder in absoluten Zahlen, so wie wir es hier gemacht haben. Wir können das allerdings auch genau, wie wir die Differenz in Prozent angegeben haben, unsere laufende Summe in Prozent angeben. Klingt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so logisch, aber wir schauen uns einfach kurz an, wie das aussieht. Ich mache einen Rechtsklick, Werte anzeigen als und dann Prozent laufende Summe von. Auch hier wählen wir wieder die Jahre aus. Ich bestätige das Ganze mit OK. Und hier sehen wir, dass wir dann im letzten Jahr eben einfach 100 Prozent unseres Umsatzes haben. Wir sehen, wir starten mit 27,45, 53,8, haben dann im dritten Jahr schon fast 80 Prozent unseres Umsatzes. Und das vierte Jahr kompliziert das Ganze dann auf 100 Prozent. Ob jetzt diese oder diese ansichtsweise schlauer ist oder mehr Sinn macht, ist natürlich jedem wieder selbst überlassen. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr gute Möglichkeit, auch gerade wenn man über Zeiträume spricht, also ob das jetzt Jahre sind. Man kann natürlich auch innerhalb eines Jahres ein Quartal sich so anschauen. Ist das wirklich eine gute Möglichkeit im Zweifel, um gewisse Erkenntnisse über die eigenen Daten zu gewinnen? Als letzte Anzeigenart wollen wir uns noch kurz die Rangfolge anschauen, bevor wir dann zur Darstellung als Index ein eigenes Beispiel wählen, da das Ganze einfach ein bisschen komplexer ist, beziehungsweise man es an einem sehr konkreten Beispiel einfach ein bisschen besser erklären kann. Ich möchte jetzt aber, wie gesagt, hier noch die Rangfolge erklären. Und dazu ziehe ich noch einmal, ein letztes Mal, eine weitere Instanz von unserem Umsatz in unsere Pivot-Table hier. Das haben wir jetzt hier dargestellt. Und dann kann ich wieder einen Rechtsklick machen und werde Anzeigen als aufwählen. Und bei der Rangfolge habe ich jetzt einfach zwei Möglichkeiten. Das ist immer nach der Größe, entweder aufsteigend oder absteigend. Was bedeutet das? Im Klartext bilden wir hier eine Rangfolge. Also zum Beispiel, welcher Wert der höchste war und welcher der niedrigste. Und das Ganze wird einfach mit Plätzen durchnummeriert. Wenn wir sagen, Rangfolge nach Größe aufsteigend, dann hätten wir auf Platz 1 sozusagen den niedrigsten Wert und dann steigen die Werte immer auf. Die üblichere Variante ist dementsprechend natürlich die Rangfolge nach Größe absteigend, sodass unser höchster Wert eben den Rang 1 bekommt und dann geht das Ganze weiter nach unten durch. Ich wähle das hier also einmal aus und dann kann ich jetzt hier wieder angeben, was mein Basisfeld sein soll. In meinem Fall möchte ich natürlich wieder die Jahre wählen, denn ich möchte einfach bei meinen vier Jahren pro Produkt jeweils haben, okay, welches war das beste Jahr. Bestätige das Ganze mit okay und dann sehen wir, dass wir jetzt hier für jedes Produkt, für die vier angezeigten Jahre, diese Rangfolge bekommen. Hier sehen wir beim Akkuschrauber zum Beispiel 2020 war mit etwa 327.000 Euro Umsatz das beste Jahr, dementsprechend Rang 1. Und so geht das mit 2, 3, 4 nach unten durch. Hier bei unseren Brettern mit Eiche lackiert sehen wir, dass ebenfalls 2020 das beste Jahr war, dann allerdings gefolgt von 2023. Und mit dieser Rangfolge können wir das Ganze einfach ein bisschen schneller übersichtlich machen. Die Information bekommt man natürlich auch aus den Daten an sich. Ich kann mir das also gerade bei vier Daten auch anschauen und sehen, okay, 1, 2, 3, 4. Aber so hat man das Ganze einfach noch einmal schneller und auf einen Blick und kann sich das so entsprechend anzeigen lassen. Wie gesagt, wir können die Rangfolge auch umdrehen. In diesem Fall wäre dann einfach der niedrigste Wert, der Rang 1 und dann würde das dementsprechend weiter durchgehen. Wenn ich jetzt nochmal einen Rechtsklick mache, Anzeigen als auswähle und wieder die Rangfolge auswähle, dann schauen wir uns noch an, wie das Ganze aussehen würde mit dem Produkt. Ich bestätige das mit okay. Okay, jetzt sehen wir, dass wir eben für unsere Produkte hier den Rang haben. Ich sehe also, der Akkuschrauberumsatz ist zum Beispiel der dritthöchste Umsatz, den wir hier haben. Wenn ich ein bisschen nach unten scrolle, dann finde ich beim Fliesenschneider in diesem Fall den Rang 1, sodass wir eben dementsprechend hier wissen, das Produkt in der Liste unserer Produkte hat den höchsten Umsatz erzielt. Wir bekommen hier dann zusätzlich weitere Rangwerte für unsere einzelnen Jahre, die in diesem Fall natürlich nicht mehr so aussagekräftig sind und nicht mehr so leicht zu überblicken. Ich würde also, wenn ich das hier so anzeigen würde, gehen wir nochmal zurück, Rangfolge nach Größe, meine Jahre als Basisfeld wählen, sodass wir eben hier einfach genau innerhalb eines Produkts schauen können, was waren denn die stärksten Jahre und was waren die schwächsten Jahre. Um das zu vervollständigen, möchte ich auch hier nochmal meine Spalte umbenennen. Wir sagen, das Ganze ist der Rang, dann kann ich die Breite ein bisschen anpassen, sodass wir jetzt unsere vollständige Tabelle haben. Wir haben im Moment in unserer Pivot Table unsere Produkte aufgelistet und für jedes Produkt eine Übersicht über die vier Jahre 2020 bis 2023. Wir haben in den Wertefeldern eigentlich nur unseren Umsatz, beziehungsweise die Summe unseres Umsatzes und das Ganze nicht nur einmal, sondern in vielen verschiedenen Varianten. Wir haben also eigentlich ein relativ einfaches Konstrukt, in dem wir die Produkte nach Jahren aufgeteilt haben und dann eigentlich nur einen einzelnen Wert, nämlich die Summe des Umsatzes benutzt. Und trotzdem bekommen wir hier, durch die verschiedenen Möglichkeiten, diesen Umsatz darzustellen, schon ganz entscheidende Einblicke. Wir sehen Entwicklung, wir sehen Rangfolgen, wir sehen Anteile am Gesamtumsatz und vieles mehr. Jetzt ist das Ganze im Moment natürlich relativ unübersichtlich geworden. Und dadurch, dass wir einfach für jede Art der Anzeige ein Beispiel hier gemacht haben, ist es vielleicht nicht ganz so praxisnah. Ich möchte euch in diesem Video aber trotzdem noch ganz schnell zeigen, an einzelnen Beispielen, gar nicht komplett, wie man das jetzt noch ein bisschen verbessern könnte. In meinem Fall würde ich jetzt nämlich hergehen und sagen, okay, wir haben ja hier doch ein paar Daten, also es ist nicht alles ganz auf einen Blick erkennbar und hier kann man natürlich perfekt eigentlich mit bedingter Formatierung arbeiten. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte meine Entwicklung ein bisschen besser darstellen. So sollen negative Entwicklungen hier einfach rot dargestellt werden und positive Entwicklungen grün. Ich kann daher einfach eine Zelle dieser prozentuellen Entwicklung auswählen und dann gehen wir im Menüband unter Start zur bedingten Formatierung. Die einfachste Möglichkeit wäre jetzt eine Regel zum Hervorheben von Zellen zu verwenden und zunächst einmal größer als verwenden. Ich kann hier zum Beispiel einfach 0 eingeben, also wenn das Ganze größer als 0 ist, dann möchte ich hier eine grüne Füllung und kann das mit OK bestätigen. Zunächst einmal passiert nichts. Ich kann jetzt allerdings auf meine Formatierungsoptionen klicken und das Ganze für alle Zellen mit Entwicklung Vorjahr für Jahre anwenden. Sobald ich das mache, dann sehe ich, dass jetzt alle meine entsprechenden Zellen hier grün hinterlegt werden. Genauso könnte ich das natürlich auch für meine negativen Werte noch machen, indem ich wieder zur bedingten Formatierung gehe, Regeln zum Hervorheben von Zellen, kleiner als. Und in diesem Fall würde ich Zellen kleiner als 0 mit dieser roten Füllung hervorheben. Auch hier, nach dem Bestätigen, gehe ich in die Formatierungsoptionen und wähle das für alle Zellen aus. Und so haben wir jetzt das Ganze schon einmal ein bisschen visueller organisiert. Eine noch bessere Möglichkeit, das vielleicht noch ein bisschen mit mehr Nuancen zu machen, wäre sogar, da hier eine Farbscalar zu verwenden. Ich kann daher einfach nochmal zur bedingten Formatierung gehen und alle Regeln in dieser Pivot Table löschen. Und jetzt möchte ich, statt diesen einzelnen Regeln, eine Farbskala für meine ganze Spalte anwenden. Ich kann dann zur bedingten Formatierung gehen, Farbskalen auswählen und ich wähle einfach diese grün-zu-rot Farbskala, wo grün eben hohe Werte sind und rot niedrige. Auch hier wähle ich dann in den Formatierungsoptionen alle Zellen aus und dann sehen wir, dass wir das Ganze jetzt schon ein bisschen sinnvoller hinterlegt bekommen. Wir sehen, dass wir hier mit den niedrigen, negativen Entwicklungen relativ helle Gelbfarben noch haben. Wenn es dann ein bisschen ins Orange geht, ist es schon schlechter. Wenn ich ein bisschen nach unten scrolle, sehen wir hier einen relativ dunkelroten Eintrag mit einer minus 92%-Entwicklung und unsere guten Entwicklungen sind natürlich dementsprechend grün hervorgehoben. Hier das sehr kräftige Grün mit 85% zum Beispiel. Man kann diese Farbskala ja auch noch anpassen. Wenn ich jetzt zur bedingten Formatierung gehe und Regeln verwalten auswähle, dann kann ich einen Doppelklick auf meine Farbskala machen und bekomme dann dieses Fenster, wo ich das dementsprechend noch einmal verfeinern kann, wenn ich das möchte. Mache ich an dieser Stelle nicht, aber die Option sei einfach nochmal erwähnt. Und genauso, wie ich jetzt hier nur beispielhaft für diese eine Spalte eben diese Farbskala angegeben habe, kann man das natürlich auch für weitere Spalten tun. Zum Beispiel, man kann den Anteil visualisieren, also die Umsätze oder die Produkte und Jahre, die eben einen hohen Anteil am Gesamtumsatz ausmachen, kann man hier einfach nochmal hervorheben und vieles mehr. Die Reise hört also nicht auf, wenn man die entsprechenden Werte hier hinzugefügt hat und mit der richtigen Art und Weise dann anzeigen lässt, sondern man kann dann vor allem über die bedingte Formatierung einfach noch ein bisschen mehr visuelle Klarheit schaffen. Und da würde ich euch einfach wirklich ermutigen, vor allem dann, wenn ihr den Bericht präsentiert oder das Ganze eben weitergegeben wird, hier einfach ein bisschen die extra Meile zu gehen und es den anderen Personen, die diese Pivot Table dann auch sehen, beziehungsweise auch analysieren, hier einfach zu machen mit allen visuellen Hilfsmitteln, die uns eben zur Verfügung stehen. Für die Erklärung zur Darstellung als Index habe ich hier ein kurzes anderes Beispiel gewählt. Wir beschäftigen uns hier mit einfach ein paar weniger Daten, sodass hoffentlich klar wird, wo wir diese Darstellung als Index nutzen können und wo das Ganze sinnvoll ist. Wir werfen einmal ganz kurz einen Blick auf unsere Daten, die wir hier haben. Wir beginnen mit den Ausgangsdaten. Wir sehen, dass wir hier eine relativ einfache Liste haben mit verschiedenen Produkten, einer Menge, einem Umsatz, der damit erzielt wurde und einem Werbekanal, also woher kam dieser Kauf oder wie kam dieser Kauf zustande, sodass wir unser Budget für unsere Werbung richtig planen können. In unserer Pivot Table haben wir das Ganze dann so angeordnet, dass wir in den Zeilen unsere fünf Produkte haben und in den Spalten die vier verschiedenen Werbekanäle, die wir haben. Jeweils dann mit einem Gesamtergebnis für die Reihen und die Spalten. Und natürlich interessieren wir uns für die Summe der jeweiligen Umsätze. Wenn ich das mir hier jetzt so anschaue, dann sehe ich zunächst einmal, fallen die großen Zahlen ins Auge. Also ich sehe, okay, Videospiel Direktwerbung 49.000 Euro, zum Beispiel Videospiel SEO 34.000 Euro. Und so würde ich mir denken, okay, hier wo die größten Zahlen stehen, macht es wahrscheinlich auch Sinn, in diesem Bereich, in die entsprechenden Werbekanäle, mehr Budget zu stecken, sodass wir dort einfach einen höheren Mehrwert erzielen können. Das muss aber nicht immer der Fall sein. Und das können wir mit dieser Indexberechnung oder der Indexdarstellung herausfinden. Um das zu tun, möchte ich einmal ganz kurz meine komplette Pivot Table hier kopieren und einfach darunter nochmal einfügen, sodass wir weiterhin auch unsere Geldwerte haben und das vergleichen können. Und dann möchte ich jetzt aber hier einen Rechtsklick auf eine Zelle machen und wir wollen uns das Ganze anzeigen lassen, nicht als Gesamtergebnis oder als Prozent von irgendetwas, sondern hier unten jetzt als Index. Wenn ich das mache, dann sehen wir, dass wir hier relativ lange Dezimalzahlen bekommen. Das können wir noch ein bisschen anpassen, indem ich nochmal einen Rechtsklick mache. Wir gehen zum Zahlenformat, auf Zahl und ich möchte einfach nur zwei Dezimalstellen darstellen. Ich bestätige das Ganze mit OK und dann sehen wir, dass wir jetzt dementsprechend wieder relativ lesbare Werte bekommen. Und diese Werte sind eben die Indexwerte. Jetzt kann ich das zum Beispiel einfach mal anschauen. Wir gehen mal zum Videospiel und SEO. Hier steht 34.960, aber als Indexwert steht hier nur 0,88. Dieser Indexwert ist in diesem Beispiel nichts anderes für uns als ein Indikator, wo wir den meisten Mehrwert für uns erzielen können. Und ich sehe zum Beispiel, dass wir im Bereich SEO das Budget eigentlich für Gesellschaftsspiele erhöhen sollten. Denn dort hätten wir einfach den meisten Mehrwert dann erzielt. Wie wird dieser Index berechnet? Das ist auch eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Und wir wollen es einfach hier einmal am Beispiel direkt kurz zusammen machen. Im Prinzip bilden wir zuerst das Produkt aus dem Zellenwert und dem Gesamtergebnis hier unten und dann teilen wir das Ganze durch das Gesamtergebnis der Zeile mal das Gesamtergebnis der Spalte. Eigentlich relativ kompliziert, aber wir schauen uns das ganz einfach mal an. Wir wollen das einmal berechnen, indem ich zum Beispiel für SEO sage, ich möchte hier meinen Wert haben und das Ganze möchte ich dann multiplizieren mit meinem Gesamtergebnis. Wenn ich das mache, dann sehe ich, dass ich hier diese Zahl bekomme. Das ist der erste Teil der Gleichung. Jetzt wollen wir noch einen weiteren Teil der Gleichung machen und das ist unser Zeilenergebnis. Das bedeutet also das hier multiplizieren mit unserem Spaltenergebnis, also dem hier unten. Auch das mache ich. Und jetzt kann ich meinen Index berechnen, indem ich mein erstes Ergebnis hier oben durch mein zweites Ergebnis teile. Das kann ich tun, indem ich sage, okay, ich möchte einmal diesen Wert durch diesen Wert teilen und wenn ich das mache, dann bekomme ich hier 1,277 und wir sehen, das ist genau dieser Indexwert, der hier oben steht. Warum das so ist und wie das funktioniert, muss man natürlich nicht komplett genau verstehen. Aber wir wollen einfach an diesem konkreten Beispiel noch darstellen, was hier wirklich an Auswirkungen passiert. Und dementsprechend möchte ich einfach nochmal meine Tabelle hier nehmen, also die Tabelle, wo die Geldwerte drinstehen und möchte sie hier oben nochmal hinkopieren. In diesem Fall möchte ich hier einfach nur den Wert stehen haben, kann also in meinen Optionen auswählen, das Ganze nur als Werte einzufügen, sodass wir hier also keine Pivot-Tabelle mehr haben. Ich wähle dann einfach nochmal kurz alle meine Spalten aus, mache einen Doppelklick, dass wir alles richtig angezeigt bekommen und sehe jetzt hier einfach unsere ursprünglichen Geldwerte. Zum Beispiel auch hier bei SEO diese 13.320 und eben die 34.960, die wir hier unten haben. Jetzt kann ich mal zurück zu unserer Umsatzliste gehen und wir wollen jetzt hier einfach für SEO, was ja unser Kanal war, einen Boost festlegen. Und dazu möchte ich das Ganze zunächst einmal filtern, indem ich sage, ich wähle das hier ab und ich möchte nur noch SEO angezeigt bekommen. Das hat gut funktioniert und dann gebe ich hier einfach in irgendeine leere Zelle eine Umsatzsteigerung um 20% ein, was ich einfach machen kann, indem ich 1,2 wähle. Und jetzt muss ich einfach nur alle Umsätze, die wir mit SEO erzielt haben, mit diesen 1,2 multiplizieren. Auch das kann ich relativ einfach machen. Ich kann nämlich einfach diese 1,2 kopieren, wenn ich einmal STRG C drücke. Dann möchte ich meine Umsatzzellen auswählen, indem ich einfach die erste auswähle und dann STRG, Umschalt und den Pfeil nach unten drücke. Als nächstes drücke ich noch ALT, Umschalt und Komma, um nur noch diese Zeilen auszuwählen und nicht mehr meine Ausgangszelle. Und dann kann ich einfach mit einem kleinen Einfügentrick alle diese Werte mit 1,2 multiplizieren. Damit das Ganze funktioniert, muss ich meine Umsatzzellen ausgewählt haben und immer noch unsere ursprüngliche 1,2 Zelle hier kopiert, was wir in der Umrandung hier genau sehen können. Und dann möchte ich einfach im Menüband unter Start zu Einfügen gehen und Inhalte einfügen auswählen. Ich bekomme dann dieses Fenster und kann als Vorgang einfach Multiplizieren auswählen. Wenn ich das mache, dann wird hier nicht die 1,2 eingefügt, sondern einfach alles, was hier steht, wird mit 1,2 multipliziert. Ich bestätige das einmal mit OK und wir sehen, dass wir jetzt hier den entsprechenden Umsatzboost sozusagen verbucht haben. Nachdem ich das gemacht habe, kann ich zurück zu meinem Pivot-Arbeitsblatt gehen und jetzt kann ich auf meiner Pivot-Tabelle einfach einen Rechtsklick machen und das Ganze einmal aktualisieren. Sollte sich natürlich dann in meinem Fall hier nur die SEO-Spalte und natürlich die Gesamtergebnisse aktualisieren, denn das sind die Dinge, wo ich eben etwas geändert habe. Ich mache das also einfach einmal, aktualisieren, dann wird das Ganze mir hier wieder zusammengeschoben, aber wir sehen, dass wir jetzt hier andere Zahlen bei SEO haben. Wir haben also nicht mehr die 34.960, die wir hier vorhin hatten und wir haben auch nicht mehr die 13.320. Jetzt sehen wir, dass wir hier eben einen entsprechend höheren Wert haben. Jetzt würde man natürlich immer noch sagen, also die Steigerung von 13.300 auf 15.100 ist zwar ordentlich, aber die Steigerung von 34.960 auf 41.952 ist natürlich noch beachtlicher. Das ist in absoluten Zahlen auch richtig, aber relativ haben wir trotzdem bei unseren Gesellschaftsspielen einen größeren Zuwachs zu verzeichnen. Auch das können wir ganz kurz ausreichen, indem wir einfach die Gesamtergebnisse vergleichen. Ich muss also einfach hier zum Beispiel für meine Gesellschaftsspiele die 43.659 nehmen und die 40.995 hier und ich beginne mit meinem neuen Wert, also mit dem erhöhten Wert und das Ganze kann ich dann teilen durch meinen Wert, den ich davor hatte. Um das Ganze dann prozentuell darzustellen, möchte ich noch einmal eine 1 abziehen. Wenn ich das mache, bekomme ich diesen Wert und kann das gleich als Prozent darstellen und jetzt möchte ich das Ganze ebenfalls für Videospiele machen. Ich nehme also mein neues Gesamtergebnis und teile das durch mein ursprüngliches Gesamtergebnis und ziehe eins davon ab und wenn ich jetzt diese beiden Felder hier markiere und ich möchte das Ganze als Prozent darstellen, dann sehen wir, dass wir für unsere Gesellschaftsspiele einen relativen Zuwachs um sechs Prozent beim Umsatz haben und für unsere Videospiele einen relativen Zuwachs um vier Prozent. Das ist wie gesagt etwas kompliziert oder auch komplex und für viele Fälle und viele Anwender von Pivot Tables wahrscheinlich gar nicht relevant. Wenn man allerdings in einer Situation ist, dass man eben diese relativen Werte braucht und eine schnelle Einschätzung möchte, okay, wo würde denn eine Steigerung eines Budgets zum Beispiel den meisten Impact die größte Auswirkung haben, dann ist diese Darstellung als Index ein schnelles und einfaches Mittel, um einfach einen Überblick zu bekommen und das Ganze schnell zu überblicken. Natürlich können wir schon in unseren Ausgangsdaten Felder oder Werte haben, die durch eine Kalkulation entstehen. Einfachstes Beispiel, mit einem Umsatz und Kosten könnten wir den Gewinn berechnen. Oft ist es aber sinnvoll, wenn wir schon mit Pivot Tables arbeiten, diese Kalkulation gar nicht in den Ausgangsdaten zu machen, sondern dafür in der Pivot Table berechnete Felder zu verwenden. Denn auch hier können wir mit den Werten rechnen und so nochmals ganz neue Metriken erstellen. Wenn wir die Kalkulation dabei in der Pivot Table machen, stellen wir sicher, dass die aggregierten Ergebnisse immer stimmen und wir keine falschen Werte aufgrund von nicht einsichtigen Berechnungen bekommen. Gebe zu, das klingt vielleicht erst einmal kompliziert, aber das Arbeiten mit berechneten Feldern ist eigentlich ein Kinderspiel. Und jetzt schauen wir es uns gemeinsam an. Um berechnete Felder kennenzulernen, habe ich unsere Pivot Table nochmal ein bisschen umgebaut und wir haben jetzt wieder eigentlich unsere ganz einfache Form mit unseren Produkten aufgelistet und dann zwei Wertespalten, nämlich einmal die Summe der Kosten und einmal die Summe des Umsatzes. In unserem Beispiel mit den Aufträgen bietet sich ein berechnetes Feld ja genau für diese beiden Dinge an. Ich könnte zum Beispiel aus den Kosten und den Umsätzen jeweils den Gewinn berechnen. Und das ist eigentlich das Erste, was wir jetzt einmal zusammen tun wollen. Um ein berechnetes Feld in meine Pivot Table einzubauen, muss ich oben im Menüband zum Reiter Pivot Table Analyse springen. Und dort finde ich bei Berechnungen unter Felder, Elemente und Gruppen den Punkt berechnetes Feld und kann das einfach mal anklicken. Ich bekomme dann dieses Fenster, wo ich mein Feld benennen kann und eine Formel für dieses Feld angeben. Als Namen möchte ich in meinem Fall einfach einmal Gewinn hinschreiben. Und jetzt können wir eine Formel angeben und wir sehen, dass wir hier unten eigentlich alle Pivot Table Felder haben, die wir ja schon kennen. Und wie errechne ich meinen Gewinn? Ganz einfach, indem ich den Umsatz nehme und die Kosten abziehe. Ich kann also einmal meinen Umsatz doppelklicken und dann schreibe ich einfach einen Minus und mache einen Doppelklick auf Kosten. Und damit habe ich eigentlich genau die Formel schon erstellt, die ich brauche, um das zu berechnen. Und mehr muss ich auch tatsächlich nicht machen. Ich kann das Ganze mit OK bestätigen und dann sehe ich, dass ich jetzt eine neue Spalte bekomme, die automatisch den Titelsumme von Gewinn von mir erhält. Ich sehe auch hier, das ist genau richtig, wir haben hier 2,4 Millionen Umsatz und etwa 470.000 an Kosten und hier haben wir einfach das Ganze berechnet und haben so den Gewinn, der übrig bleibt, wenn wir unsere Kosten von unserem Umsatz abziehen. Mit diesen berechneten Feldern kann ich natürlich alles Mögliche kalkulieren. Ich könnte zum Beispiel auch nicht meinen reinen Gewinn berechnen, sondern meinen Return. Und dazu kann ich ebenfalls diese beiden Werte benutzen. Ich gehe dazu einfach wieder auf Felder, Elemente und Gruppen und erstelle ein neues berechnetes Feld. Ich kann hier auch, wenn ich dieses Fenster öffne, über das Dropdown meine aktuellen Felder bearbeiten. Könnte ich also Gewinn auswählen, dann sehen wir hier unsere Formel und ich könnte das ändern, wenn ich irgendetwas falsch gemacht hätte. Ich möchte jetzt allerdings ein neues Feld erstellen und dazu kann ich das Ganze zum Beispiel Return nennen. Ich lösche dann das, was bis jetzt in meiner Formel steht und kann stattdessen eine Berechnung machen, wie ich den prozentuellen Return aus meinen Kosten und meinem Umsatz bekomme. Und dazu muss ich im Prinzip einfach nur meinen Umsatz teilen mit dem Forward Slash durch meine Kosten. Kann das so einfügen, mit OK bestätigen und bekomme dann eine neue Spalte mit meinem Return. Das ist jetzt aktuell als Währung formatiert. Das macht natürlich keinen Sinn. Ich kann aber einfach einen Rechtsklick machen, Zahlenformat auswählen und dann möchte ich das Ganze als Prozent formatiert haben und ohne Dezimalstellen, sodass es ein bisschen übersichtlicher ist. Und dann kann ich das Ganze mit OK bestätigen. Und wir sehen jetzt für jedes Produkt, was wir im Schnitt für einen Return haben. Also wie viel kriegen wir von unserem Investment mit den Kosten durch den Umsatz wieder heraus. Mit diesen beiden Spalten, mit diesen beiden berechneten Werten, habe ich jetzt schon mehr Möglichkeiten, meine Daten zu durchsuchen. So kann ich zum Beispiel, wenn ich bei meinem Produkt auf das Dropdown klicke und weitere Sortieroptionen auswähle, eine ganz individuelle Sortierung machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte das Ganze absteigend sortieren mit der Summe des Gewinns. Ich kann das mit OK bestätigen und dann sehen wir, dass wir den meisten Gewinn mit dem Fliesenschneider gemacht haben, gefolgt von der Mehrfachsteckdose. Ich könnte aber auch nach dem Return sortieren, was eine andere Möglichkeit ist. Hier haben wir jetzt aktuell oben den höchsten absoluten Gewinn. Wenn ich allerdings wissen möchte, wo mache ich die meiste Marge, also wo bekomme ich am meisten Return für mein Investment, kann ich das Ganze nach unserem Return sortieren. Gehe also wieder zu weiterer Sortieroptionen und möchte das Ganze dann nach Return absteigen, sortieren. Bestätige mit OK und dann sehe ich, OK, hier haben wir eigentlich diese Fichtenlatten, wo wir den meisten Return erzielen können. Und der Fliesenschneider, der in absoluten Zahlen ganz vorne liegt, kommt, was den Return angeht, mit zwar immer noch einem guten Ergebnis, aber relativ weit hinten in unserer Produktliste. Diese berechneten Felder bleiben natürlich auch da, wenn ich jetzt wieder hergehe und meine Pivot Table erweitere. Wir könnten ja zum Beispiel sagen, ich möchte das Produkt noch nach Standorten aufgeschlüsselt haben, kann das wieder mit reinziehen und auch hier bekomme ich dann jetzt wieder die entsprechenden Berechnungen gemacht. Ich sehe also zum Beispiel diese Fichte verleimt. In Hamburg habe ich als Gewinn 13.400 und einen Return von 490% und kann das Ganze so einfach weiter aufgeschlüsselt mir anschauen. Eine wichtige Sache müssen wir beachten und das ist, dass die berechneten Felder in der Regel immer mit Summen arbeiten. Wir sehen hier auch, die Spalten werden entsprechend genannt, Summe von Gewinn, Summe von Return und das ist etwas, was bei manchen Anwendungsfällen für ein bisschen Verwirrung sorgen kann beziehungsweise für Unklarheiten, wie wir vielleicht auch mit einer Anzahl arbeiten können. Das werden wir uns aber gleich auch nochmal genauer anschauen. Für jetzt sind wir uns schon mal bewusst, dass wir über Felder, Elemente und Gruppen diese berechneten Felder hinzufügen können und damit noch weitere Daten oder interessante Erkenntnisse aus unseren Pivot Tables herausholen. Ich kann dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur den Return visualisieren möchte, das Ganze noch ein bisschen vereinfachen. Ich ziehe mir meinen Standort nochmal raus und dann kann ich eigentlich alle Felder, die ich nicht brauche, auch die Felder, die ich zur Berechnung herangezogen habe, also Kosten und Umsatz, jeweils die Summe, einfach aus meiner Pivot Table entfernen. Ich kann das also hier einfach rausziehen. Auch die Summe meines Gewinns nehme ich raus, sodass ich jetzt nur noch die Summe des Returns habe und sehe das also ganz einfach in dieser Pivot Table mit unseren Produkten, was unsere maximalen Margen sind und von welchen Produkten diese stammen. Alle berechneten Felder, die ich hinzufüge, bekomme ich nämlich auch in Pivot Table Felder hier unten mit eingefügt. Ich sehe, dass ich jetzt hier meinen Gewinn zum Beispiel habe, den ich einfach wieder hinzufügen kann, wenn ich ihn haben möchte. Also ziehe ich das einfach hier rein und dann habe ich die Summe von Gewinn, die ja in meinen Ausgangsdaten hier überhaupt nicht vorkommt. Wir haben aber hier keine Kalkulation dafür gemacht, sondern gesagt, wir möchten das dann in der Auswertung in der Pivot Table erst berechnen und so können wir auch sicher gehen, dass egal wie wir das Ganze hier filtern und ausschlüsseln, dass wir immer die richtige Summe beim Gewinn auch stehen haben. Ich habe ja gerade eben schon angesprochen, dass wir ein bisschen ein Problem damit haben, dass berechnete Felder im Prinzip immer mit Summen arbeiten. Aber was habe ich damit gemeint? Um die Problematik zu verdeutlichen, möchte ich hier einfach nochmal in meine Wertespalten den Umsatz hinzufügen. Ich kann das Ganze hier einfügen, dann ändern wir das Zahlenformat nochmal in Währung, ohne Dezimalstellen bestätigen das Ganze mit OK und wir sehen jetzt hier die Summe unseres Umsatzes. Jetzt kann ich bei unserem Umsatz das Ganze nicht nur als Summe darstellen. Das haben wir schon kennengelernt. Ich kann einen Rechtsklick machen, Werte zusammenfassen nach und dann den Mittelwert angeben, sodass ich also sehe, pro Auftrag für dieses Produkt, was ist der durchschnittliche Umsatz? Hier sehe ich, dass das so funktioniert. Aber was passiert, wenn ich das jetzt auch für den Gewinn machen möchte? Sagen wir, ich möchte hier nicht die Summe des Gewinns haben, sondern ich möchte den durchschnittlichen Gewinn pro Auftrag, der dieses Produkt betrifft. Man denkt, alles klar, ganz einfach, ich mache einen Rechtsklick hier und dann fasse ich die Werte zusammen nach nichts. Denn ich kann diese Option hier nicht auswählen. Die berechneten Felder nehmen immer die Summe. Völlig egal, was ich hier als Ausgangswert nehme. Auch wenn ich hier den Mittelwert sehe, das berechnete Feld, das auf diesen Wert auch zugreift, nimmt immer die Summe. Und hier stehe ich dann erstmal ein bisschen vor einem Problem. Ich kann jetzt natürlich versuchen, das irgendwie zu umgehen, indem ich zum Beispiel sage, ich gehe wieder zur Pivotable Analyse, ich möchte ein neues berechnetes Feld und dann sage ich mal durchschnittlicher Gewinn und jetzt kann ich probieren, wie ich das Ganze machen würde. Ich kann jetzt hier, das ist das Schöne, nämlich auch meine berechneten Felder heranziehen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte meinen Gewinn und dann möchte ich diesen Gewinn einfach teilen durch, sagen wir mal, das Produkt. Denn damit müsste ich ja dann die Anzahl der Produkte bekommen, zumindest in meinem Kopf, und das sollte funktionieren. Aber was passiert, wenn ich das mache und mit OK bestätige? Ich bekomme einen Fehler, nämlich eine Division durch 0. Und wenn wir nochmal kurz in unser berechnetes Feld schauen, ich wähle es hier im Dropdown aus, durchschnittlicher Gewinn, dann teilen wir hier durch etwas, das einfach keine Zahl ist. Und damit kommt Excel nicht klar. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ich kann ja irgendwie versuchen, die Anzahl zu berechnen. Es gibt ja in Excel eine Funktion, Anzahl, die kann ich hier einfach reinschreiben. Ich schreibe also Anzahl Produkt, mache meine Klammer zu, bestätige das Ganze mit OK und wir sehen, okay, das hat funktioniert, der Fehler ist weg, aber ich bekomme keinen Mittelwert meines Gewinns, ich bekomme einfach nur die Summe, genauso wie ich es hier vorne auch dargestellt hatte. Das funktioniert also auch nicht. Die schlechte Nachricht ist, das funktioniert so überhaupt nicht. Ich muss, um das Ganze möglich zu machen, um hier mit einer Anzahl arbeiten zu können, eine Änderung oder eine Manipulation meine Ausgangsdaten vornehmen. Und dazu springe ich einmal kurz in meine Liste und alles, was ich tun muss, ist hier sozusagen ein Hilfswert hinzufügen. Ich werde dazu eine neue Spalte erstellen, indem ich einfach irgendwo klicke und eine Spalte hier einfüge. Und hier möchte ich einfach nur eins eintragen. Und zwar möchte ich diese eins in meiner kompletten Tabelle wiederholen, indem ich hier einen Doppelblick auf die rechte untere Ecke mache. Und ich möchte diese Spalte in meinem Fall dann einfach Anzahl Produkte nennen. Ich kann das mit Enter bestätigen und ich habe jetzt also ein neues Feld, eine neue Spalte in meinen Ausgangsdaten und damit ein neues Feld in meiner Pivot Table. Ich muss natürlich zunächst einmal noch zur Pivot Table Analyse und auf Aktualisieren klicken, sodass ich das hier auch zur Verfügung habe. Wir schauen dann jetzt, wenn ich hier nochmal reinschaue, ich finde Anzahl Produkte als neues Feld. Und jetzt kann ich nochmal hergehen und kann mein berechnetes Feld bearbeiten. Ich wähle es also hier oben aus, gehe ins Dropdown, gehe zu meinem durchschnittlichen Gewinn und jetzt möchte ich hier den Gewinn nicht durch die Anzahl, also mit der Funktion von Produktteilen, sondern ich kann einfach Anzahl Produkte als Wert heranziehen. Dadurch, dass wir hier überall eine Eins drin haben, kann Excel jetzt schauen, okay, für Fichte verleimt, was ist hier die Summe dieser Felder? Jedes Feld oder jede Zeile in meinen Aufträgen beinhaltet 1, also wird das Ganze korrekt für uns hochgezählt. Wir haben also sozusagen eine Anzahl, die wir uns durch eine Summe erschummeln, wenn das Sinn macht. Wenn ich das Ganze jetzt mit okay bestätige, dann sehen wir, jetzt scheint das wirklich zu funktionieren. Wir haben im Mittelwert zum Beispiel für diesen Fichtenartikel einen Umsatz von etwa 3000 Euro und einen durchschnittlichen Gewinn von in etwa 2500 Euro. Und so können wir einfach, indem wir in unseren Ausgangsdaten diese Zusatz- oder Hilfsspalte, sage ich mal, verfassen, mit einfach einer Eins drin, sodass für jede Zeile eben Eins zur Summe dazukommt. So können wir das Ganze umgehen und können den Mittelwert oder die Anzahl dann quasi auch in berechneten Feldern verwenden. Und das gibt uns nochmal extrem viel Flexibilität. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, bei wie vielen Anwendungen oder wie vielen Berechnungen es tatsächlich nützlich ist, wenn man nicht nur auf die Summe zurückgreifen kann, sondern tatsächlich auch auf die Anzahl der Einträge. Mit dem Umgang mit Werten haben wir in diesem Video eigentlich den letzten großen Teil an grundlegenden Funktionalitäten von Pivot Tables erarbeitet. Jetzt können wir uns auf jeden Fall schon einmal auf die Schulter klopfen. Es gibt aber noch einen fünften Teil in unserer Serie und dort wird es nochmal spannend. Wir bauen mit Pivot Charts ein interaktives Dashboard und visualisieren unsere Daten. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Wenn das Video hilfreich war, dann teilt es doch gerne. Das hilft uns wirklich sehr. Ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Like, Feedback in den Kommentaren und ein Abo für unseren Kanal. Wir haben bereits unzählige Videos zu allen Office-Programmen hochgeladen und es kommen ständig mehr dazu. Also schaut doch einfach mal vorbei.